Hi, ich bin Sarah. Damit das Gap hier auch wirklich auf dem Real Havana Way of Life stattfindet, also sehr chillig, nehme ich folgende Sachen mit. Und das andere Sachen hier. Also, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, eine kreative und vielleicht etwas verrückte Person auf das Gap hier zu schicken, nehmt mich mit. Ich berichte für euch, ich halte euch auf dem Laufenden.